Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute mache ich wieder mal was aus dem italienischen Kochbuch. Da koche ich sehr gern draußen, weil nämlich da immer ein Bildchen dazu ist zum Rezept und es ist eigentlich immer sehr gut beschrieben. Heute machen wir Penne alla Rabiata. Die gehen ganz schnell und ganz einfach. Die kann wirklich jeder nachkochen. Dazu stelle ich dort einen Tomaten. Ich nehme dafür Dosen Tomaten her. Geht dann nur ein bisschen einfacher. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bastel jetzt zur Zeit an meiner Webseite umeinander. Da könnt ihr die Rezepte alle nachschauen und nachlesen in aller Ruhe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht auch beim Nachlesen. Für unsere Penne alla Rabiata braucht man 400 Gramm Penne, 100 Gramm Speck, eine Bund Petersilie, eine Dose von Tomaten, eine Chilischote, Zwiebeln, Knoblauchzehen, zwei Esslöffel Butter, Salz, Pfeffer aus der Mühle, eventuell eine Prise Zucker und ein Parmesan angeriebenen. Beginnen damit, dass wir eigentlich als erstes Wasser hinstellen. Wasser mit viel Salz. Und dann schneiden wir unsere Sachen klein. Die Zwiebel machen wir in kleine Würfelchen. Den Speck schneide ich auch in Würfel, in sehr kleine Würfel. Im Rezept stehen jetzt 100 Gramm. Das ist jetzt aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist der Geschmack des Speckes, der da drinnen sein muss. Nicht die Brickerl sind wichtig. Und dazu muss er eben einen guten Fett dran haben. Da geht auch jetzt zum Beispiel ein Schwarzwälder, der gut durchwachsen ist. Das ist jetzt ein Südtiroler Speck. Nun wird der Knoblauch klein geschnitten. Das steht jetzt in Scheiben bei mir im Rezept. Aber ich mache eigentlich gerne so ein bisschen Würfelchen daraus. Dieses Mal habe ich für meine Penne alla Rabiata eine frische Chilischote. Manchmal nehme ich bloß Chiliflocken daher oder so getrocknete Chilischoten. Aber diesmal eben diese frische. Da weiß ich aber immer nicht genau, wie scharf ist sie denn. Deswegen schneide ich als erstes einmal hinten das runter und mache eine Probe. Und die geht so. Ich nehme das Stückchen, das ich abgeschnitten habe und gebe vorsichtig mit der Zunge hin. Naja, es geht. Bisschen scharf ist schon. Oder ich knabbert ein bisschen an. Es wird schon immer schärfer. Also die passt. Bei meiner Schärfeprobe habe ich also festgestellt, die ist zwar scharf, aber nicht zu scharf. Also kann ich da eigentlich die ganze Chilischote dafür hernehmen. Denn manches Mal kann es schon passieren, dass man eine rein tut, die wirklich zu scharf ist. Dann kannst du es fast nicht mehr essen. Nachdem ich jetzt da das Kerngehäuse ausgenommen habe, schneide ich das auch in kleine Würfelchen. Manche tun die ganzen Chilischoten zum Beispiel die getrockneten ein und lassen es so mitkochen. Aber mir passiert es dann, dass ich die nicht mehr finde. Und wenn da einer aufgebeißt, dann wird es arg scharf. Das Schnippeln, das war jetzt eigentlich das Aufwendigste vor allem. Jetzt geht das ganz schnell. Jetzt kommt ein Stückchen Butter in die Pfanne und wird heiß gemacht. Aber aufpassen, dass es euch nicht verbrennt. Sonst schmeckt das alles ein bisschen bitter. Wenn die Butter zerschmolzen ist, gebe ich meinen Speck dazu. Das muss wirklich nicht gleich 100 Gramm sein, sondern ich habe jetzt da vielleicht 50 Gramm oder auch 30 Gramm. Wichtig ist eben, dass der Speck der Soße einen Geschmack gibt. Dann kommt die klein geschnittene Zwiebel dazu. Und jetzt den Knoblauch. Den nur kurz mit rösten, denn sonst wird der zu braun, dann kann er auch bitter werden. Und jetzt gebe ich normalerweise meinen Chili rein. Aber da wir heute Besuch kriegen von unserem kleinen Enkel und ich nicht will, dass er so was scharfes gleich isst. Wahrscheinlich isst er sonst nie wieder was bei uns. Ich gebe den erst später dazu und teile dann die Soße erst auf. Deswegen gebe ich jetzt meine Dosentomaten dazu. Ihr könnt auch frische Tomaten dazu geben. Dazu müsst ihr die Tomaten holtern und die Kerne raus und klein schneiden. Das lasse ich jetzt so ungefähr für 10 Minuten köcheln. Heute salzen und pfeffern muss ich auch besser. In den 10 Minuten habe ich jetzt schön Zeit, meine Nudeln zu kochen. Also ich habe jetzt eben da Pennery Garte genommen. Die brauchen normal 11 Minuten. Ich gebe es jetzt in unser kochendes Salzwasser. Und die Nudeln sollen jetzt nicht ganz durch sein, also al dente sein. So ungefähr 10 Minuten koche ich jetzt. Denn die kommen ja am Schluss nochmal in die Soße rein. Ihr könnt auch andere Nudeln hernehmen. Rigatoni oder was weiß ich oder Fusili. Dann heißt es halt nicht Penne alla Rabiata, sondern Fusili alla Rabiata. Vom Nudelwasser nehme ich eine Tasse voll ab. Was das heißt. Denn es kann sein, dass die Nudeln dann sehr viel Soße einziehen. Und da brauche ich das noch zum Aufgießen. Wir haben ja jetzt schön Zeit. Und deswegen schneide ich jetzt schon meine Petersilie klein. Und meinen Parmesan, den kann ich auch schon reiben. Die Soße hat jetzt so 10 Minuten gekocht. Aber die ist natürlich jetzt noch nicht scharf, weil ich mein Chili nicht rein habe. Aber was sie ist, ist sie hat sehr viel Säure. Deswegen gebe ich immer noch eine Prise Zucker mit rein. Steht nicht im Rezept. Und jetzt kommt für ein paar Minuten noch ein Chili dazu. Soll ich wirklich so viel rein tun? Mir ist dann zu scharf. Ach was. Ich tue es auch nicht. Wir sind tapfer. Die Penne, die haben wir jetzt seit 10 Minuten gekocht. Jetzt probiere ich einmal eine. Nicht, dass sie noch zu al dente sind. Dann bringe ich sie auch in der Tomatensoße nicht mehr weich. Ja, die passt und genau. Die kann ich jetzt abgießen. Und dann kommen sie in die Soße. Und die Nudeln, die kommen jetzt in unsere Tomatensoße. Und werden jetzt schön runtergerührt. Und wenn ihr merkt, dass die Nudeln zu viel Soße einziehen. Da kommt ein bisschen vom Nudelwasser drüber. Jetzt gibt es noch ein bisschen Salz drüber. Zum Schluss kommt noch die Petersilie drauf. Und ein bisschen Parmesan. Und so schauen sie dann aus, wenn sie fertig sind. Unsere Penne alla Rabiata. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pia Dei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.